hallo und herzlich willkommen bei konan x jetzt wenn es eine schalten heißt heute heute möchte ich einfach noch mal vielleicht mal ein bisschen was bauen bis gleich ausbauen aber nun mal und müssen gemütlich bauen ein Spiel ganz ist doch bisschen was machen und ich möchte auch noch bisschen so noch sie sagen weiterkommen aber ich muss aber erst mal gucken wo es gibt ja so schwarzeisen und dann schon gibt es ja auch aber ich glaube da muss man sich erst mal aufleveln und das zeug vorbereiten ein Spiel jetzt in der wache hinstellen oder aber optimal wäre es eine burgenschütze ich denke mal ich baumotor klein genau sie wie drinnen im haus wo ist ausnahmisch weil ich jetzt hier unten gefunden momentin wo man hätte hier kommen müssen oder aus der schlicht aus Maschinen Martin Hohen ein jahr also damit wir gehen ja ich denke mal hoch ja schön in der ecke du bist nicht mal folgen und ist dann so was aktivitäten woche die woche mich nicht bereich bewachen genau so oder muss doch das ist das in der kämpfe oder das egal oder wir machen das erste mal beziehen jetzt erst einmal ja ich weiß nicht wie lange wir machen gelangt das wird ja vielleicht noch ist noch so gebäude noch so vielleicht vergrößern irgendwie oder machen das erst mal das muss so und jetzt haben vielleicht noch so unterstand wo ich jetzt zusammen das ganze werkbank oder oder ich mach dann in der mauer weg und verbinde das irgendwie ich weiß es nicht und ich bin ja noch mal leider will eine leute treppe und wir bauen das muschel fertig und wir zauern aus irgendwas ich habe doch berg bin ich muss doch hier so jetzt die schmiede überhaupt noch und kurz mal schauen nee jetzt müssen wir jetzt noch eine schmiede hier hinzimmern sowas bräuchte jetzt noch mal ach so hat schon heißen hier wird und vielleicht doch hat er mal heute auch noch uns vielleicht ja so man muss vielleicht auch noch mal mit schmied sein eisenbräuch und schmelzölfen warte mal ich bin jetzt mal rechts so hin 2 und vielleicht noch eine truhe hat auch hier irgendwo hat noch freigeschalten truhe oder lager zu sagen freigeschalten wo waren das ich muss es so eine werkbank machen ja was bist du es war rüstung hat jetzt noch freigeschalten seitdem ich hab da jetzt irgendwas frei schatztruhe reichtümer das ist so ja dabei sind die kleinen die kleinen erst mal dahin wo sind lasst du was sagen hier Deko Lager das man dann nachher so das weiß man die schmiede ist noch bauen hinsetzen wieder werkstatt schmiede da haben wir das mit eisen das schon mal genau vielleicht dann ja so lassen wir das genau oder Kerber Kerbereibreiche auch noch trockengestellt schwarzen eisen schwarzen eisen da haben hier nur 6 anders mal rinde reich vielleicht machen wir noch ein dach drüber ich weiß es nicht ob das jetzt sogar harz gleich bestimmt verkeppern oder so oder war das nicht so war alles mit harz ich drücke jedes mal vergattest da ja ja hier ist ja genau so mit der rinde rein was kann man harz was kann man da das harz machen na das haben wir uns unsere schmiede erst mal ich war auch schon jetzt ja so warte mal ich dann mache ich jetzt vielleicht noch hier so hier noch so hin und gleich hier noch da kommen ja dann die eigenen Sätzen hier so so da immer schön Deko drinnen haben so das muss man so stehen und dann machen drüber das ist auch so niedrig also ich wollte ja ich wollte ja wird ja noch eins noch eins zu ersetzen so wird es so ja 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 vielleicht machen wir noch so aufgaben ich weiß gar nicht mehr mit der treppe wenn ich jetzt sagen ich gehe jetzt hier rein nicht so blöd aus und testweise so so gar nicht jetzt habe ich gerade gerade eine idee was bräuchte ziel geld cool so an er hat das war doch mal eine maßnahme ja wenn ich das so cool aus ich mache es noch vielleicht noch noch ein stückchen hat auf dem eisen aber sie müssen geschichte aus haben vielleicht jetzt noch so noch zu hören machen und dann ich muss und ich muss nur kurz überlegten wenn wir so er ja ich habe gesagt da kommen wir hier sehen wer beigen oder muss es auf freischalten das ist immer so so bei gehen zu machen muss ich mal schauen wissen nicht so quer ist zu mehr aus bei worte es war bestimmt bei ich glaube es genau da kannst du querbeigen so da war ja da kommt doch gleich doch schauen da oben vielleicht eine dach hinzu irgendwie ich muss genau ich mache das die treppe nach außen das ist immer leicht wir so hochgehen können ja denke mal so so das vielleicht besser und beinahe hätte ich bewegen so nein 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 bewegen so reindeutsch könnte ich doch jetzt warte mal so ein bisschen holz rein ich will noch ein bisschen stein da kann man jetzt die ziege bauen ziege machen dass man gleich mal und start noch ein bisschen mehr holen also das geht nicht doch irgendwie fällt mir das wenn ich es fürs pferd was auch nass warte mal sie baut ja kreuz und quer ja so was soll ich ja kein holz bestimmt kein stein nee holz diesmal jetzt ich bin noch rechtes holz hier kommen wir auch noch mal gleich das außer reichweite ja ob die pferde fressen automatisch fressen so die ich jetzt noch wie wird es aussieht wenn ich es aber noch mal überlegen also also so richtig ist du gibst ja gar nicht meine also holz so richtig ist und du bist irgendwie was freigeschein attribut was man jetzt beweglichkeit ja ja was soll ich machen stärke warum stärke doch 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 es geht passt irgendwie irgendwie hat es was offene bauweise luftig schon mit nix und da wird sich vielleicht oben dann noch das dann so ein dach bauen aber wir müssen erstmal warte mal schauen wir mal in den Ofen rein habe ich gesehen da ist leer Eisen haben wir noch Eisen da also ist da 10 10 10 Stück haben wir das ist echt lässig und Ziege haben wir auch noch so so irgendwas wo ich bin überladen warum sagt es mir gerne so müsste ich doch genau das würde ich mal ausprobieren ähm brauche ich das jetzt ja reingekommen ja die da genau das würde ich mal ausprobieren so wie sie wie das aussieht und das ja um in den da sieht das aus scheiße aus so und ich diese Wenden Sätze also vielleicht nur Deko und ich mal es wird Deko bestimmt nur oder wo wenn das so hätte bei ja nicht auch was auch und ja das ist mein jetzt weiter drehen so 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 drehen aber wo kann ich hier nix rum bauen shit wie mache ich das jetzt im Nachmachen oder ja ach schade da heute heute blitz genau was möchte ich machen wollte gucken nachdem nach solche eisen an die heute schmiede ja ja das ist eine schmiede hier die eisen zack da ja ja mal ist nochmal das so hat er mal hä achso ne doch hat er mal ja 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 was ist das ach die ziege die ziege sind so schwer mach ich das nicht da ja ja das schaffen wir deshalb ist er weg nicht das war jetzt hier ein Regenbium gebaut das 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 muss ja noch den Tischler und das war ja klar mit denen ich guck mal schauen ne genau wir formt das Holz das macht man doch eher äh ein Tischler oder wie formt das Holz Tischler ja ja genau 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 ach wir haben es ja wir lassen es mal durchplattern was ist da los also ziegeln die die mal da rein sieht's ja aus ihr arbeitet noch öh achso ja warte ja ja sieht doch schon mal nicht schlecht aus würde ich sagen oder und wenn sie auch im kommentar schreiben ob die die weise im letzten folge gefragt habe ob die unsere begleiter auch reiten können das wäre cool und ob ich auch mehr als als nur ein mitnehmen kann wenn man sich mit der armee zusammenbauen und dann dann auf die dungeon gehe die ich irgendwann mal mache oder ob ich jetzt noch nicht bereit bin und das alles das weiß ich jetzt nicht so dann sage ich mal wiedersehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal